Hallo nochmal, Daniela hier und ich wollte schon ganz lange mal ein Video machen, worin diese vier Elemente und ihre Qualitäten genau beschrieben werden. Das ist jetzt nur nicht ganz so einfach, weil diese Themen in sich wirklich sehr umfangreich sind. Und zwar ist es so, dass wir ja hier im Erdelement, da haben wir immer die Münzen zugehörig, im Luftelement, da haben wir die Schwerter zugehörig, im Feuerelement die Stäbe und im Wasserelement natürlich die Kelche. Also das hier sind quasi diese vier Elemente an sich, wie sie im Tarot verkörpert werden, eben die Scheiben oder Münzen, das Erdelement, die Schwerter, das Luftelement, die Asse, die Stäbe, das Feuerelement. Die Asse sind jetzt nur einfach hier, weil man es gut sehen kann, was es für Elemente sind und das Wasserelement natürlich in den Kelchen. Das sind diese vier Farben, die vier Suiten, die wir im Tarot benutzen, die ja auch altbekannt sind. Was aber jetzt noch viel interessanter ist, ist, dass die Charaktere, die wir sehen, nämlich hier in den Hofkarten, auch den verschiedenen Elementen entsprechen. Und zwar haben wir hier Könige. Könige gehören immer zum Luftelement. Wir haben die Buben. Buben gehören immer zum Erdelement. Wir haben die Königinnen. Die Königinnen gehören immer zum Wasserelement. Und wir haben die Ritter. Und Ritter gehören immer zum Feuerelement. Und bei Crowley, da ist es natürlich ähnlich. Wir haben hier die Karten ein bisschen anders aufgeteilt. Wir haben hier auch Ritter, die dem Feuerelement zugeordnet sind. Allerdings entsprechen die Ritter den Königinnen, den Königen. Ritter und Könige liegen auf einer Ebene. Dann haben wir hier die Prinzessinnen. Prinzessinnen gehören immer zum Erdelement. Wir haben die Königinnen, die natürlich auch zum Wasserelement gehören. Und dann haben wir die Prinzen, die zum Luftelement gehören. Das heißt, jeder einzelne Charakter steht auch wieder für ein Element. Und das ist eben etwas, was dann 16 Persönlichkeiten ergibt. Wir haben jeweils vier Personen in jedem Element. Beispielsweise hier den Ritter, die Königin, den Prinzen und die Prinzessin. Oder eben den König, die Königin, den Ritter und den Buben. Je nachdem, in welchem Tarot wir uns befinden und wie alt der Tarot ist. Das Ganze gibt es nämlich natürlich auch schon hier im alten Tarot de Marseille. Da hatten wir eben auch hier die Königinnen, die Könige, die Ritter und eben auch die Buben. Und ja, die kombinieren die Elemente miteinander. Es geht also bei den Hofkarten nicht allein nur um die Elemente, sondern auch um die Interaktion der Elemente untereinander und mit sich selbst. Und ich habe zu diesen Themen 16 Videoblogs geschrieben, in denen wir immer jeweils den Tarot de Marseille, den Ride Away to Smith Tarot und eben auch den Crowley Tarot anschauen und eben schauen, wie diese Elemente miteinander interagieren. Das heißt, wir sehen die Elemente in Interaktion miteinander anhand menschlicher Charaktere. Und diese menschlichen Charaktere, die finden wir sowohl im Tarot wieder als auch im täglichen Leben. Und das ist etwas, was diesen Teil der Hofkarten für mich so wahnsinnig spannend macht. Und ja, wenn dich das interessiert, erfährst du mehr über diesen zweiten Teil von Licht auf Tarot auf meiner Internetseite. Diese Videos, die liegen als private Videos bei YouTube. Und wenn du diesen kleinen Tarot-Kurs machen möchtest, dann schalte ich diese Videos auf YouTube für dich frei. Die bleiben dort liegen. Du kannst sie anschauen, so oft du willst, auch genau zu deiner Zeit in deinem eigenen Tempo. Und ja, du kannst das entweder benutzen, um dich persönlich weiterzuentwickeln. Oder eben, wenn du sagst, ich möchte einfach auch Karten legen. Ich möchte das gerne für mich machen, für Freunde machen, für die Familie schauen. Dann wäre auch das ein Weg, ein bisschen tiefer in das Verständnis der Karten einzuschauen. Weil was wir nämlich hier auch sehen, gerade auch in diesen alten Karten aus dem Tarot de Marseille, was ich ja so wahnsinnig spannend finde, ist dann zum Beispiel auch, dass wenn wir uns die Königspaare anschauen, wie hier den Königin, die Königin und den König der Kelche im Tarot de Marseille. Wir sehen, dass die beiden sich hier immer anschauen. Das heißt, sie sind wirklich ein Paar, sie sind eine Einheit. Und das ist etwas, was wir in den neueren Tarot-Systemen einfach so in der Form gar nicht wiederfinden. Von dem her ist es ganz interessant, wie sich die Charaktere auch entwickelt haben in dieser Zeit. Der Tarot de Marseille, der datiert auf 1760. Das ist also eine Zeit, in der gab es tatsächlich noch Königinnen und Könige, die das Land regiert haben und die eben auch ihre Aufgaben inne hatten. Und klar, Anfang 1900 sah das dann schon anders aus. Da war die Rolle der Könige und Königinnen eine andere. Da waren sie einfach schon weniger wichtig. Und im Tarot von Crowley sind sie dann irgendwo ganz frei, weil sie ihre Aufgaben so auch nicht mehr wahrnehmen müssen und sich einfach frei im Potenzial der Elemente, die sie verkörpern, entwickeln können. Und ja, das ist so eine ganz, ganz spannende Seite des Tarot. Und wie gesagt, wenn dich das interessiert, dann findest du alle Infos auf meiner Internetseite diesen Online-Kurs Licht auf Tarot. Den habe ich in drei Teile aufgeteilt. Der erste Teil beschäftigt sich mit den großen Arcana, der zweite Teil mit den Hofkarten und der dritte Teil mit den kleinen Arcana. Und dieser erste Teil mit den großen Arcana, der ist demnächst fertig, wird auch demnächst online bereitstehen. Dann diesen Teil hier mit den Hofkarten, der ist eben bereits fertig und verfügbar. Und die kleinen Arcana, die ziehe ich dann nach im Herbst. Und ja, wie gesagt, diese Videoblogs stehen bereit. Und wann immer du dich gerufen fühlst, tiefer in dieses Thema einzutauchen, kannst du es dir einfach mal anschauen, ob das was für dich ist. Alles Liebe.